Manche sagen, dass die Tagen von Chanukka waren bestimmt nur zu den Mitzvah von Ketzen anzünden, Hallel und Danke sagen an Gott, aber diese Tage waren nicht bestimmt als Tage von Mischte, Vesimcha, Tage von Mahlzeit und Freude. Andere sagen, dass doch die Tage von Chanukka sind auch die Tage, in diesen Tagen sollen wir nach und auch eine spezielle Mahlzeit und Freude haben. Deshalb schreiben wir den Puskin, um besser in dieser Mahlzeit zu sagen, Schirot wird Ischbachot, Lieder und Danke an Gott, damit wird sicher diese Mahlzeit als Zehudat Mitzvah, als Mahlzeit von Mitzvah gerechnet werden. Sowieso, nach beiden Meinungen, die Tage von Chanukka sind Tage, die verboten zu Fasten wegen diesen wichtigen Tagen von Chanukka. Auch jemand, der heiratet von Chanukka, normalerweise in dem Tag von dem Chuppah soll man Fasten. Wenn jemand heiratet von Chanukka, soll er nicht Fasten. Auch wenn jemand hat Jorzeit am Chanukka, man hat den Winnag, dass sie Fasten in den Tagen von dem Jorzeit. Jorzeit ist der Todes Tag von einem von seinen Eltern. Wenn es passiert am Chanukka, soll man nicht Fasten, dem Jorzeit Fast am Chanukka. Chanukka ist am Herk. Chanukka ist am Herk. 10min Hinweis. Als Mahlzeit is best ним zu. D